Denn das sind ja nicht nur die Damen und die Herren, die uns noch zu trinken geben wollen und unsere Frauen schon lange nichts mehr geben. Aber es ist einfach schön, auch unter Menschen zu sein. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, es geht uns wie ein Virus. Wir sind immer auf der Suche nach einem Wert. Und so ist es immer schön, dass man wieder zurückkommen kann in Bekanntes und Gewohntes. Und an dieser Stelle wollen wir das mal ganz klarstellen, wie das ist. Ich habe in meiner jüngsten Wohnung, wie ich die noch gehabt habe, übrigens auch nie eine Schüsselung gehabt. Da war kein Couch drin. Die Philosophie war, dass es immer in der nächsten Wirtschaft ein bisschen gemütlicher ist, wie bei dir daheim. Und uns wird oft geholfen. Doch um 10 Uhr bin ich oft aus dem Haus und auch einmal mit dem Schollen oder Papier in die Wirtschaft gegangen. Und so hast du dann auch ausgesehen. Wir haben auf der Allee vom Fernsehapparat. Da geh auf unsere Couchgele mit Chips und Schokolade. Und spätestens um Mitternacht, da bist du heut gepennt. Es sei denn, du bist vor der Nacht zum Telefon gerannt. Viel wurde aber nie gemacht, wer in der Hand. Und so schluck ich schon sehen. Ja gut, du bist gleich im Herdeband. Gell, du hast den Helle gehrt. Gell, da ist jo an. Gell, was mehr im Herde war. Gell, da warst du an. Fall die Weg dir auf den Kopf. Es ist doch kein Problem. Es war immer eins im Herde kommt. Es war fast schon wie in der Hand. Wenn du als Mann verheiratst bist, dann hättest du dein Mann. Und machst mal Flecken auf den Tisch, da gibts kleinen Kommentar. Doch warst bei uns am Stammtisch gekocht und warst voll mit Angeklang. Voll, jawoll! Und was ihr drei längstens Bier noch an den Arsch getan? Und in den Kopf hast du an. Gell, du hast den Helle gehrt. Gell, da ist jo an. Gell, was mehr im Herde war. Gell, du hast du an. All die Weg dir auf den Kopf. Es ist doch kein Problem. Es war immer eins im Herde kommt. Es war fast schon wie in der Hand. Musik Musik Das Lied, das haben wir jetzt gerade mal im Kumpel Pit, habe ich das jetzt gewidmet quasi. Gewidmet habe ich das mal im Kumpel Pit, wenn der überhaupt da ist, weil ich am Freund nicht gesehen habe. Pit? Pit? Ein Wind! Alles klar. Das ist gut. Ja, ja, ja. Der Pit muss mit. Ja, ja, ja. Stimmt das! Gib mal nach unten Ellen! Ha, ha, ha! Gemaat nach der Rennerruppe, ja, ja. Wollen wir das noch schaffen, so einen Klinkzug am Stammdisch. Aber nichtsdestotrotz, wir kehren Emo noch wieder in den Schutz, Wärme und Geborgenheit später im Toast der Männerliebe.